Jetzt kommt die schwierigste aller Aufgaben. Frage eine Frau, ob sie die Abendgarderobe mit ihr tauschen will. Die meisten Kleider sehen extrem schick aus. Weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Tut mir leid. Nee, einverstanden. Einverstanden? Ja. Jetzt gleich hier tauschen? Natürlich zum Badezimmer. Wunderschön. Aufgabe zwei geschafft. Abendgarderobe getauscht. Ciao. Uernstein. JJ. bones. Wahnsinn.